Hallo und herzlich willkommen aus Göteborg. Willkommen zum heutigen Video. Wir fahren Red Race 96 Hours, also unser eigenes Event in Göteborg. Und das geht in 96 Hours, in 96 Stunden oder weniger von hier, von Göteborg nach Malmö. Wir versuchen das in drei Tagen zu fahren. Jeden Tag sind es ungefähr 200 Kilometer. Es wird eine mega toughe Gravel-Aufgabe. Kai, Diana, Mate und ich zu viert. Und wir machen es deswegen so schnell, weil wir es am Samstag dann nach Rot schaffen wollen, weil Fritz dann in Rot startet und wir versuchen, Fritz noch anzufeuern. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Vier Tage Gravel ab morgen und wir sehen uns morgen beim Check-In. Bis denn. Guten Morgen. Tag zwei. Das ist Kai. Hallo, ich bin Kai. Kai fährt mit uns, macht diese geisteskranke Idee, dass wir in drei Tagen 96 Hours fahren. Red Race 96 Hours ist von Göteborg nach Malmö, 660 Kilometer, ungefähr 6000 Höhenmeter. Da fahren wir los, das haben wir gerade schon aufgebaut. Und lass mal zu Diana gehen, weil die checkt nämlich gerade, wie viele Riegel wir brauchen, um das zu überleben. Guten Morgen, Diana. Diana fährt mit uns mit. Und die Frage ist, ob dieses Morten reicht. Hier ist morgen Startschuss. Da fahren wir durch. Jeden Tag ein Getränk, ein Riegel und ein Gehen oder zwei. Das ist ja viel zu wenig. Aber das wäre jetzt aufgeteilt. Mate ist auch da. Guten Morgen, Mate. Hallo. Hier haben wir die Gang. Mate, Kai, Diana. Und mein Kortio. Und jetzt, wir sind noch am Puzzeln. Wer braucht wie viele Morten? Seid ihr zuversichtlich? Das wird auf jeden Fall. Zwischendurch noch beim Bäcker anhalten, dann geht es schon. Welcher Bäcker? Da ist kein Bäcker. Doch, wir finden was. Wir sammeln. Wir sammeln im Wald. Uns wurde hier so ein Café versprochen. Wo? Kurz vor dem Meer, da müssen wir hin. Hier sind die Tracker. Jeder kriegt einen. Machst du an und da weiß man genau, wo alle sind. Da sind dann alle Dots. Jetzt fahren wir los und kommen irgendwann in drei Tagen wieder in Malmö an. Ja, das wird dann ja wohl unser letztes Abendmahl, glaube ich, oder? Bevor wir uns vier Tage nur noch im Wald ernähren. Reicht aber eigentlich auch. Also ich habe wirklich Angst vor diesen drei Tagen. 240 Kilometer. Die erste Etappe hat 190 Kilometer, die zweite Etappe hat 240 Kilometer und die dritte Etappe hat 199 Kilometer. Das sind drei Etappen durch Gravel. 80 Prozent Gravel. Irre. Ja, vor allem, weil wir gestern noch im Auto so waren, so, ja, Komotrack sagt, dass wir irgendwie nur 50 Prozent Gravel fahren müssen. Und dann meinte, ich weiß gar nicht, wer es gestern sagt. Ja, Bene hat das, glaube ich, gesagt. Bene meinte so, ja, ja, das ist in Schweden hier aber so ein bisschen anders. Die sehen halt hier auch schon so festen Schotter als normale Straße. Deswegen sind es wohl irgendwie so, ich glaube, 68,7 Prozent, glaube ich, mindestens. Das wird gut. Und wohl auch hier so, also solche Steine ungefähr. Brocken. Ja. Na gut. Mate, du bist der einzige von uns, der arbeitet heute. Hast du die Beine für morgen? Fahrrad Nummer 720. Ja, stimmt, die warten ja alle, ne? Ja, aber... Shit, es wird nicht weniger. Ganz gut abgearbeitet. Who's the better mechanic? Mate, mate or yourself? The Germans always win. The Germans is faster or the Swedish are faster? They say they are. I'm not German. He's a Hungarian. Same. You too? Are you just hungry? Hungry, yeah, I am. Also wir fassen das nochmal kurz zusammen. Eigentlich machen wir das ja nur für Fritz. Ja. Wir müssen, heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag müssen wir 600 Kilometer fahren. Dann sind wir in Malmö hoffentlich, hoffentlich. Und dann am Samstagmorgen geht um 9 Uhr unsere Fähre, von wo auch immer. Und dann müssen wir nach Rostock. Ja. Dann müssen wir von Rostock durch ganz Deutschland, bei dir vorbei, nach Roth. Ja. Und dann sind wir hoffentlich Samstagnacht irgendwann in Rot, sodass wir Sonntagmorgen beim Triathlon sein können. Das Ding ist halt, dass wir wegen Fritz ja jetzt nicht zwischendurch mal anhalten können, wenn es besonders schön ist. Sondern wir fahren dann da einfach dran vorbei. Danke, Fritz. Echt, ey. Es soll hier so ein richtig schönes Café geben. Da werden wir halt nicht anhalten, damit wir halt Fritz beglückwünschen können dann. So weit, so gut, ey. Ingo? Würdest du sagen, dass das Packen das absolut Beste am Bikepacken ist? Das ist das Allerletzte. Also das ist ganz ehrlich, das ist wirklich das Packen ist das Allerletzte. Das macht mich komplett fertig. Du schwitzt auch ein bisschen, ne? Es ist aber auch 2000 Grad hier in Schwäge. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum bist du überhaupt schon fertig? Ich bin nicht fertig. Hier, das muss alles noch da, also das da muss da alles noch rein irgendwie. Nee. Ich lasse jetzt eine Tasche weg, weil brauche ich nicht. Es ist 200 Grad, das nehme ich mit zum Anziehen. Ja. Also das reicht doch. Ich habe ein T-Shirt und eine Hose. Welche Wanderschuhe nimmst du mit? Und den Eispickel. Ja. Also dann habe ich wirklich alles. Jetzt macht das aus. Ich bin hier wirklich, ich bin hier am Ende. Packen ist das Allerletzte. Man muss erst mal auch Bikepacken studieren. Ich sage, wie es ist. Ich habe mich gegen die Lenkertasche entschieden und habe einfach wirklich nur so eine Snacktasche genommen. Da ist komplett alles drin zum Snacken. Dann habe ich erst ein Hilfeset für das ganze Team. Ich habe nur zwei Flaschen, das wird hart. Und habe hinten eine ziemlich dickere Arschrakete, aber mit Lehne. Da kann ich mich anlehnen. Guten Morgen, Kai. Hallo. Also los geht es hier mit unserem Bikepacking-Trip. Die Bikepacking ist ja die Hölle. Ja. Aber hier erstmal schön, Lamazocco, allerfeinsten Gravel-Café. Soll ich dir gleich so ein Schmetterling noch rein? Diese kleine Blumen reicht mir schon. Das ist wirklich das Allerbeste. Es wird schon geil jetzt Bikepacken, ne? Also bisher muss ich sagen, kann ich die Freiheit schon sehr spüren. Okay, guten Morgen, kann losgehen. So we go together for the first couple of Ks, I guess, out of Gothenburg. We make a left and a left and then we are on the track. So take it easy in the city. It's no race, especially in the city. Once you hit, save to rain, you can make it a go. Have a good ride and I'll see you in my mood. Ich glaube, es wird härter, als man denkt. Bena hat gesagt, da ist wirklich nichts. Aber mal sehen. Ja, ich habe hier so eine Supermarktliste, die hat auch irgendwo einfach ein Riesenloch von über 100 Kilometern. Ja, genau. Eigentlich wäre doch geil, 110 zu fahren und dann da, wo eine Möglichkeit ist, was zu kaufen, dann da eine größere Pause zu machen, oder? Ja. Naja, ich sage, wie es ist. Das erste Laufstück ist da. Also, wir müssen einfach laufen. Es sind einfach zu viele Menschen. Aber das Wetter ist noch mega geil. Wir sind jetzt bei Kilometer 40 ungefähr und schlagen uns hier durch die Wildnis. Also, Bene und Jenny haben nicht gelogen vom Testride. Hier ist wirklich nichts. Freiheit. Freiheit. Wie geht es weiter? Das ist gut. Ja, zu 100 Prozent fahrbar. Also ich würde sagen, 50 Kilometer oder so haben uns durch den Dschungel gekämpft. Die ersten Stöcke aus den Speichen gezogen. Eigentlich läuft es. Jetzt sind wir mal auf der Straße aus der Gruppe raus. Es waren schon viele, ne? Ja. Gerade dort, wo wir laufen mussten, hat sich sein Übel gestaut. Da war das dann nicht so frei, wie sich das hier eigentlich anfühlen sollte. Aber jetzt wieder ganz geil. Fühlst du die Freiheit? Ich fühle die Freiheit total. Ich fühle aber auch den Gegenwind. Und es geht übrigens auch berghoch. Das ist sehr gut. Zu viele Watt. Alter Trick. Auf Friedhöfen gibt es immer Agua. Agua ist kalientes. Diana hat auch schon übertrieben Durst, hat sie gesagt. Es ist sehr viel Durst, schon, ja. Es fängt an zu regnen. Nagi liebt ja Bikepacken. Du hast das niedlichste Helmet her, was es gibt. Wir sind ungefähr bei Kilometer 100. Tag eins. Diana ist jetzt erstmal die Kette runter, aber alles okay? Wir sehen schon entsprechend aus. Gut planiert. Am besten sieht eigentlich Nagi aus. Aber Nagi lebt das Gravel Life. Der findet das einfach gut. Hat sie eine Mobildusche dabei? Supermarkt. Hunger. 110 Kilometer. Aua, Hunger? Hunger. Du was? Diana hat ab heute Sommersprossen. Aber Nagi sieht noch lustiger aus. Wie findest du Bikepacken? Heute zelten. Wird herrlich, ne? Keine 50 Kilometer mehr. Oder wie wir sagen, anderthalb Stunden. Bikepacken, ne? Das ist das Beste. Das würde ich meinen Freunden nicht haben. Das ist das Beste. Da denkst du, was ist geiler? Das Packen? Oder sowas? Oder das Tragen. Aber auch schon wieder geil irgendwie. Voll geil. Also ich sag wie es ist, ich bin ganz schön angezählt. Wir sind jetzt hier bei Kilometer 150, 160. Wir müssen noch 30 fahren. Irgendwie sind wir hier in dem größten Einkaufszentrum von Schweden gelandet. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgeht. Kai, kannst du uns kurz mal berichten, was hier los ist? Ähm, also es ist wohl, ich sag mal, sozial nicht so stark, was hier so herkommt. Und es gibt wohl eine RTL2 mäßige TV-Sendung, die hier einfach real live gedreht wird. Über dieses scheiß Einkaufszentrum, ne? Das ist was für dich, ne? Wir brauchen eine neue Schuhlufe. Könnte mal schon eingehen. Erstmal sauber machen. Wie so ein Pferd. Nagy ist wie so ein Pferd. Erstmal die Ufe sauber machen. Jetzt bin ich schneller. Jetzt bin ich schneller. Oh, Mann. Aber es war Tag 1, Fritz. Wir sind auf gutem Weg, 185 Kilometer. An dieser Stelle sage ich bis morgen. Ich war hier mein ganzes Leben noch mit solchen Experten einkaufen, wie mit denen hier. Wolltest du mal Marmalade? Mate, was ist denn jetzt hier mit der Grabkerze? Wenn ich morgen aufgebe? Tatsächlich können wir von jeder Kilometer aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Heute machen wir das Schlimmste, was wir jemals gemacht haben. Was du jemals gemacht hast. Bist du schon mal 240 Kilometer Fahrrad gefahren? Yes. Bist du nicht? Doch. Ich denke schon, aber Gravel nicht. Das ist wirklich irre. Meine längste Tour war 222. Hier haben wir geschlafen. War wunderbar. Und gleich geht's los zur längsten Tour ever. 240 Kilometer. Guckt euch diese Scheiße hier an. Das ist heute unser Plan. 239 Kilometer. Wir haben uns eigentlich abgemacht, dass wir das ohne Platten machen. Not today. Aber das gibt uns die erste Möglichkeit nach einer Stunde eine wunderschöne Pause zu machen. Tubeless oder nicht Tubeless? Er fährt nicht Tubeless. Da hat er immer wieder was davon. Und was hast du? Sag mal. Ich habe Tubeless und bei mir kommt es auch raus. Aber es ist noch dicht. Kilometer 46. Checkt, was wir hier gefunden haben. Wie schön das ist. Aber wir sind nicht die einzigen. Hier waren schon andere so schlau. Guten Morgen. Wo habt ihr geschlafen? Im Shelter. Am See. Aber der See war nicht schön. War nicht schön? Nein. Schön baden war nicht. Es war dreckig und nur so knietief maximal. Aber habt ihr euch ein bisschen duschen können? Ja. Gefühlt. Wie viele Mückenstiche habt ihr jetzt? Ich habe noch keinen gefunden. Krass. Aber jetzt auch noch was ich bin jetzt. Habt ihr auch Räder geputzt? Nein. Was? Ja, der schon. Was? Guckt ihr die Karren an? Ja. Wir schlafen da wie im Hotel. Ja, sorry. Jacuzzi ist halt mega angenehm. Es ist Irines. Es ist eine Mädchen. Hi. Hi. Oh Gott, du bist ja super süß. Hi. Es ist 10 Wochen. 10 Wochen. Ja. Es ist eine große Aventure. Also Platten 2. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben wirklich noch nicht gesehen. Hallo Werner. Aber gar kein Problem für die DT Süßfähigen. Ne? Ja. Wieso? Ähm. Das kommt jetzt aber auch hier rein, ne? Da durch die Wange? Ne, durchs Ohr. Durchs Ohr. Ja. Alter, was ist das denn? Ja gut. Also Tubeless hätte das gehalten. Also Tubeless hätte das gehalten. Also weiterfahren. Ja. Ja. Also wir machen nochmal die Bikes. Äh. Ähm. Ich fand nur die Snack Tasche. Hat sich eigentlich bewährt bisher. Äh. Äh. Fitlock Bottles. Äh. DT Swiss GRC 1400. Ähm. Canyon Grail CFSL mit Di2. Mega geil. Äh. Kai das gleiche. Mate fährt ein Grizzle CFSLX in einer unfassbar schönen Farbe. Die Tasche hat er jetzt auch ein bisschen besser fixiert. Oben hat er noch so ein kleines Canyon Beutelchen. Äh. Einen Ersatzmantel haben wir sogar mitgenommen. Sehr geil. Conti Terra Trail 40mm. Und Diana fährt, äh, das Grizzle CFSL mit mechanischer Schaltung. Die sagt auch, dass sich eine elektronische Schaltung durchaus, äh, erkenntlich zeigen würde. Lohnen würde. Sehr schön. Du schaltest quasi 10 Meter nach links und rechts, ne? Ja. Gut. Also das war der offizielle Bike-Check für heute. Und eigentlich waren wir gerade gut on the road. Jetzt müssen wir leider doch wieder Pause machen. Shitty. Da ist er doch. Das ist, ähm, falls du dann nicht mehr kannst. Kann ich mich festhalten, ne? Kannst du dich festhalten. Also kurzes Zwischenfazit. Wir haben jetzt 100k. Die Moral ist so, dass keiner mehr redet. Und alle nur irgendwie, glaube ich, auf die Pause bei 150 Kilometer warten. Aber sonst gut. Wetter ist mega. Die Gravelwege sind alle krass geil. Äh, aber es ist anstrengend. Und jetzt fahren wir durch so einen Stretch, der... Und die ersten sind im Ziel, schon in Malmö. Nach ungefähr 30 Stunden. Mega krass. Herzlichen Glückwunsch. Wie läuft's? Wie läuft's? Richtig. Ja? Ja. Wie bist du durch diese ganzen Passagen durchgekommen? Ich schiebe und rüberhebe. Also wie wir auch. Ja. Machst du auch gleich Pause oder? Nee. Geil. Voll krass. Respekt, Alter. Also wenn man weiß, dass die Pause kommt, dann macht der Körper zu. Ich sag wirklich, wie es ist. Team Redpack ist angezählt. Dianas C tut weh. Mate... Mate, hast du Probleme? Nee, gar kein Problem. Mate hat nur Pogacarha. Und ich bin auf jeden Fall... Wirklich, die letzten 10 Kilometer könnte ich an nichts anderes denken, als an diese Pizzeria. Wenn die zu gewesen wäre, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber es waren jetzt von Kilometer 100 bis 150 jetzt. Eigentlich nur Gravel durch den Wald. Aber richtig, richtig geil. Aber boah, das zieht einem ganz schön in den Zahn. Respekt an alle, die das geschafft haben. Pizza ist drin. Weiter geht's. Noch 90. Oh, ich hab gerade ins Bild gegeben. Das ist gut, ey. Das wird gut jetzt. Ja. 195 haben wir noch 40. Dann ist der längste Tag unseres Lebens vorbei. Guck dir diese Gezeichneten an. Ich bin's. Dianarin Fritz-Rhabarber. Ja. Kai weiß ja auch nicht, was der will. Ich will eigentlich nur ein Bett. Nicht mit Fremsen parlungen. Nur ein Bett. Betti. Der Nagy hat sich Qualitätsgetränke gekauft. Was trinkst du zuerst, ist die Frage. Alles natürlich. Nur natürliche Zutaten. Ist bio, ne? Ja, ist lokal. Ey, wo kommt das wohl her? So, die letzten paar Kilometer von heute. Ich würde sagen, wir schaffen es. 230 haben wir. Noch ein paar K, dann sind wir da. Die letzten 30 Kilometer ist echt unglaublich schön. Mittsommer lässt grüßen. Die Sonne ist noch so hoch. Es ist unglaublich schön. Wir werden richtig entschädigt. Für harten Gravel, Wald am Anfang. Jetzt fast nur noch Straße. Richtig gleich sind wir da. Herzlichen Glückwunsch, Diana. Herzlichen Glückwunsch, Ingo. Junge, Junge, Junge. Kai. Das war meine längste Tour meines Lebens. Der Schlüssel zum Erfolg ist, außer eine gute Gang, du musst von morgens bis abends irgendwas in dich reinstopfen. Wirklich. Von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Tag 3, 7 Uhr. 200 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Jetzt nochmal entspannt nach Malmö rollen. Entspannt. Gravel. Na ja, gut. Wenn wir sehen. Bist du fit? Bist du fit? Geht. Bist du fit, Diana? Top fit. Wir machen das. Wir haben echt gemütlich gepennt. Ich sag, wie es ist. Diana, was waren die überflüssigsten Items, die du mitgenommen hast? Einige. Sag. Eine kurze Rose für abends. Ja. Die ist immer nicht gebraucht. Ja. Ein T-Shirt für abends. Ja. War ich auch nicht gebraucht. Immer nackt. Nee, ich hatte einfach zwei T-Shirts dabei. Ah, ich hab sogar so ein Heißtuch dabei. Die heißen die Bach. Nachts hat uns dann die Hiobsbotschaft erreicht, dass Fritz einen Hitzeschlag hatte und es ihm einfach überhaupt nicht gut ging. Sein Start in Rot war wirklich in weite Ferne gerückt. Und, ähm, wir haben uns echt mega Sorgen gemacht, dass unsere ganzen Strapazen umsonst sind und vor allem, dass Fritz einfach am Sonntag in Rot nicht starten kann. Deswegen haben wir ihn erst mal angerufen, um zu checken, wie es ihm geht. Ja, ich konnte natürlich gestern gar nichts mehr essen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Jetzt, heute muss ich mal gucken, ob ich wieder was reinbekommen. Okay. Gut. Alles Gute, Diegen. Alles Gute. Wir melden uns später nochmal. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Oh Mann, der arme Fritz. Unsere Reisestrategie ist nur einen Haufen geworben. Ja, echt so. Scheiß. Finde der krank auf den letzten Meter. Junge, Junge, Junge. Ja, nachdem wir Fritz angerufen hatten, war die Stimmung erst mal so ein bisschen down und wir hatten einfach noch 170 Kilometer bis zum Ziel. Das fühlte sich auch ewig an und wir haben dann wirklich drei Stunden so ein Stretch gehabt, wo wir eigentlich wirklich gar nicht mehr miteinander gesprochen haben und alle einfach auch nur noch ins Ziel wollten. Wie grau sind wir? Sehr. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, es ist schon übel. Jetzt die letzten Kilometer waren ganz schön schlimm und mit den letzten Kilometern meine ich die letzten 100. Also, Pause ist durch. Noch 60k to go. Wir sind alle saumäßig Fratze. Ersche tun weh. Kein Bock mehr. Wir fiebern Malmö entgegen. Wir waren dann einfach nur super happy, dass wir es ins Ziel geschafft haben. Schweden war der absolute Hammer. Drei Tage, 660 Kilometer, 6000 Höhenmeter waren der absolute Hammer. Das war einfach so schön, was man da alles sieht und was wir erlebt haben. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob wir es am nächsten Tag nach Rot schaffen würden, weil es Fritz einfach nicht gut ging. Wir waren erstmal happy, dass wir da waren und mega happy, dass wir es geschafft haben. Wir haben das ja alles nur gemacht wegen dem Fritze. Nun geht es nicht gut. Wir fahren morgen mit der Fähre nach Rostock und dann entscheiden wir um 11 Uhr, ob wir nach Rot fahren oder nicht. Weil wenn Fritz nicht startet, fahren wir auch nicht hin. Also seht ihr im nächsten Video, ob Fritz startet oder nicht. Danke, dass ihr uns verfolgt habt und viel Spaß mit dem Video nochmal. Tschüssikowski.